so hallo herzlich willkommen zu neuen let's play nämlich Hogwarts Legacy ich habe sehr sehr lange überlegt ob ich ein let's play machen soll ich habe bei anderen ein bisschen reingeguckt und so ja ich habe mich jetzt dafür entschieden ich mache ein let's play ich habe als Ravenclaw hier mit dem Charakter schon komplett die Story durch ich habe alle Sammelerfolge außer einer fehlt mir noch nämlich als Slytherin zu spielen bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel und dann ich habe hier schon als Hufflepuff gespielt bis dahin und auch als Gryffindor und jetzt machen wir einen neuen Charakter und da spielen wir nochmal die Story durch wir freuen uns ihnen mitteilen zu können dass sie an der Hogwarts Schule Wechserei und Zauberei im fünften Jahr aufgenommen wurden das Schuljahr beginnt am 1. September die ersten Materialien wurden für sie abgeholt und werden sie auf ihrer Reise zum Schloss begleiten wie sie vielleicht wissen verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt dass Professor Ella Safik ihnen dabei hilft ihre Zauberkünste zu verbessern bevor er sie von London zum Schloss begleitet wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen können mit freundlichen Grüßen Matilda Weasley stellvertretende Schulleiterin ok gut mein erster Run war mit einem weiblichen Charakter Hufflepuff habe ich auch einen weiblichen Charakter gemacht Gryffindor war männlich und ich will eigentlich in Slytherin auch einen männlichen machen gut viel Auswahl gibt es hier nicht muss ich ganz ehrlich sagen also man kann standardmäßig Sachen einstellen aber ja bis auf ein bisschen die Haarfarbe ändern und ein bisschen die Friese ist jetzt nicht unbedingt viel dabei also da hätte man ruhig noch ein bisschen mehr in diesen Charakter Editor reinmachen können ok ich möchte eigentlich in ziemlich blassen weißblonden böse dreinschauenden jungen Mann machen denn ich möchte immer die negativen Optionen in diesem Spiel dann auswählen also machen wirklich ja nicht bösen Charakter weil ich glaube das geht im Spiel grundsätzlich nicht dass man ganz böse wird aber ja korrupten vielleicht was nehmen wir denn für eine Friese erst mal das ist einfach zu brav ich will irgendwas was auch schleimig gruselig aussieht wir könnten ja auch ein Snape verschnitten machen ne ne ich habe mir das anders in den Kopf gesetzt nein 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 wir machen das wir machen das anders immer die Haarfarbe ist das weiß gewesen ach jetzt ist er wieder auf schwarz also diese Cursor Dinger hier die sind echt blöd zumindest auf der Konsole ich weiß nicht wie es auf dem PC ist bunt mag ich es nicht es sieht aber irgendwie so es ist zu komisch aus die Farbe was soll denn das für eine Farbe sein bisschen grau ich glaube ich lass das das finde ich ganz gut okay ich will mich auch nicht jetzt zu lange hier aufhalten eine Narbe machen wir eben auf jeden Fall Gesichtsfarbe Sommersprossen und Mutter male Augenfarbe okay ich will irgendwie so kalte Augen eisige Augen ich glaube das ist schon ganz gut Augenbraunfarbe so okay das ist sonst ein bisschen blonde Richtig böse Das sieht ja nicht aus Okay Das sind doch nur ein paar Spinnenweben und etwas Staub Nichts Beunruhigendes Von mir aus kann's losgehen Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, ihnen zu helfen Das Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, ihnen zu helfen Das hat sich irgendwie so Verzerrt an, oder? Das war gar nicht schlecht Von mir aus kann's losgehen Das sind doch nur ein paar Spinnenweben und etwas Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, ihnen zu helfen Das war gar nicht schlecht Okay So, jetzt wollte ich mal was ausprobieren, denn Ich hab gelesen, wenn man Geschichte auswählt Dann kann man Es gibt Diesen Alohomora Wo man die Türen aufknacken kann Und da ist so ein Minispiel, wo man die Sticks so durch die Gegend Drehen muss Das kann man sich ja sparen, wenn man Auf die Geschichte wohl klickt Ich weiß es aber nicht genau Eigentlich dachte ich, man kann jetzt hier was noch einstellen Aber es geht irgendwie nicht Okay, wir lassen mal Geschichte Man kann es auch noch später abändern Weil das würde ich auf keinen Fall so lassen Aber ich will mir die Rätsel ersparen Weil ich hab keine Lust, da ständig diese Sticks immer Durch die Gegend zu drehen und zu rollen So, wie nennen wir den guten Mann? Ich hatte mir Auf diesem fantastischen Namengenerator Und dem ich den Link jetzt leider nicht mehr weiß Irgendwas gemacht Da hab ich mir Das da rausgesucht Skylar Crane Neu in Slytherin Okay Genug Charakter Modell Los geht's Wir haben unseren neuen Zauber sicher geübt Jawohl, Professor Tja So schnell hat sich wohl noch niemand An einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt Mit ihrem eigenen werden sie noch viel stärker sein Danke, Professor Fick Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen Vor das Schuljahr Eliazar George Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung Dieses Ortes hergefunden hast Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem Doch beim ersten Versuch Habe ich mich wohl etwas verrechnet Die Theaterbesucher am Westend Dürften sich sehr erschrocken haben Es ist so lange her Als deine Eule ankam Also ich Liebe nicht hier Eliazar Natürlich Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts Uns erwarten ein Festmahl Und eine Einführungsfeier Grandiose Idee Solange dein junger Schützling Hier nichts dagegen hat Überhaupt nichts, Sir Nach ihnen Ewig her, dass ich im Schloss war Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen Ich glaube, den alten Steinhaufen wiederzusehen Auch überusting Ich glaube, die Schützling Auch übernehmend Ich bin Untertitelung. BR 2018 Gut, ich noch vor der Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der fünften Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen fünf Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit vier Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Figg ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja. Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Runrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule, aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Runrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Dein Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Es hat es! Wir sehen uns, als sie die Leute zu kaffeln. Ich stehe. Unsere Leute zu kaufeln. Wir sehen uns das. Wir sehen uns aus. Wir sehen uns aus. Wir sehen uns. Der Schlüssel! Ihre Hand, schnell! Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie, dieser Mega-Power-Tank. Bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Okay, wir haben also gesehen, wie der Collège aufgefressen wird. Deswegen können wir jetzt auch Test transe. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weit er weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Opland. Sir, diese Ruin. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie... Und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben... Ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir Oathe. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen. Wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet. Und? Ist ein Haupt auch diese alten Magie? Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Was? Warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders, als sie jeder andere macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns hier Köln mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Ausgezeichnet! Das war etwas holpriger als erwartet. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Ah, da oben. Nicht mehr weit. Gleich davon. Bleiben Sie ruhig. Präparung! Passt geschaffen! Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört? Professor, es ist eine Art Wandbild. Hm, vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fick! Wie seltsam! Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was in Erlins Namen? I got Ricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hallo? Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verließ zwölf, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen. Wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer zwölf sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Haupt von Ihnen. Diese Verliese sind am Neuesten. Sind privaten Eingänge in die Banke Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder Beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Und die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer zwölf wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren im Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Banke. Festhalten, ein gutes Geblick noch vor uns. Verlies Nummer. Verlies zwölf. Ein großer Tag. Weiterfahren. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Bordschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Heizband des Drachen. Wie meine? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies zwölf. Bis zum heutigen Tag. Verlies zwölf. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Mit den Anweisungen für Verlies zwölf soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor, das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Hm. Reveilio vielleicht. Reveilio? Ja. Ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Okay, ähm, so können wir Zauber hier lernen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist total unnötig. Hättest du mir einfach so auch den Zauber geben können? War auch kein Mensch. Man muss einfach mit dem Stick da langfahren und die Buttons drücken. So in der Käse. Also das ist wirklich ein bisschen läppsch. Reveilio. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Lumos. Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir. Alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelyon. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm. Hm. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Okay, wir gehen ganz kurz mal... Ach so, das geht jetzt noch gar nicht. Ich wollte eigentlich in die Einstellung. Ich wollte mal gucken, ob ich jetzt diesen Rätselmodus hier irgendwie einstellen kann. Aber irgendwie... Nee. Geht noch nicht. Na gut. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Ach! Putt hin! Ach, Tio! 9. 2. 4. 5. 6. 4. 2. 3. 4. 6. Der Sekno! Der Pulsum! Super! Super! Kommen Sie! Professor! Professor Feig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Louros! Rebellion! Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Louros! Okay, ich wollte eigentlich diese Kiste haben. Oh Gott! Puh, anscheinend geht es nicht. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Okay, jetzt geht es durch. Wie geht es dir? Und dann komm schon. Es geht aus! Protego! Steuatlo! Steuatlo! Protego! Okay, jetzt versuche ich nochmal an diese Kiste zu kommen. Rebellion! Lumos! Die Kiste! 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 Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist? Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Ihr Vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, dass andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das Sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Sporen alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nie. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und Sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verlies-Schlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das, das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies zwölf deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen... Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen da nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Ich gebe Ihnen. Oh, nein. Oh! 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 Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint Ihnen gar nichts anzuhaben. Wo, wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas, Nigellus. Blatt. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick. Schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley. Noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setze. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Okay, also, ähm, ich habe mich schon auf dieser, ähm, einen Potter-Seite angemeldet, konnte davor schon irgendeine Auswahl machen. Deswegen schlägt er mir immer Ravenclaw vor. Egal, was ich hier anklicke. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Hm, in der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Hm, in der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Nein, da will ich nicht hin. Okay, natürlich will ich nach Slytherin. Ich spüre einen wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Ja, bitte. Du gehörst nach Slytherin. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünfklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Aspiration. Nun denn? Aspiration. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Okay, gut, wir sind angekommen in Hogwarts, in unserem Haus Slytherin und in unserem Schlafgemach. Und ich würde sagen, hier ist ein guter Ausstieg jetzt. Ich mache den ersten Cut und dann sehen wir erst im nächsten Part von Hogwarts Legacy, wie es hier weitergeht mit Skylar Crane in Slytherin. Also bis dahin. Bye bye. BR WEISide